Wir haben etwas Spezielles, was wir euch fragen wollen. Wusstest du, wusstet ihr, dass jede Person, die Muslim werden will, die Schahada machen muss? Selbst wenn man in einem muslimischen Haus geboren wurde, mit einem muslimischen Namen, das ist immer noch genauso verpflichtend für dich, wie es für andere verpflichtend ist. So wie das Gebet, Fasten, Zakah, die Al-Muses-Steuer, und Hatsch, die Pilgerfahrt. Deswegen jeder von euch. Selbst wenn ihr sagt, ich sage das die Schahada jedes Mal in meinem Gebet. Aber wenn du es niemals öffentlich gemacht hast, warum machst du es nicht jetzt? Also, machen wir das direkt jetzt. Er will das auch jetzt machen. Er möchte seinen Islam vor allen Leuten veröffentlichen. Jetzt haben wir keinen Platz für alle auf der Bühne. Also könnt ihr einfach alle aufstehen, wo ihr seid. Und wir sagen alle zusammen die Schahada. Aber wenn jemand kein Muslim ist und nicht Muslim annehmen will, der soll sich hinsetzen. Der soll sitzen bleiben. Aber wenn jemand Islam annehmen will, dann soll er aufstehen und die Schahada von seinem Platz aus machen. Das ist eure Chance, den Satan zu besiegen. Und du kannst die Schahada machen und Allah leitet dich recht. Und selbst wenn du nicht aufstehen willst, dann kann man es sagen. Und wenn man es wirklich ernst meint, Allah wird es akzeptieren. Und ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allah ist. Allah ist. Asadu an la ilaha illa Allah la sharika la wa asadu wa asadu an muhammad an rasuluhu Allah wa akbar